Schönen guten Morgen! Wir dachten uns, bevor ich jetzt zum Friseur gehe, machen wir noch eine kleine Challenge. Und zwar hat sich jeder von uns drei Juicy Wow Flaschen geschnappt. Und wir werden jetzt mal losziehen und gucken, wer den geileren Product Shot hinbekommt. Tanja ist schon unterwegs. Mal sehen, hier gibt es auf jeden Fall einige geile Kulissen. Mal gucken. Let's go! Schaut mal bitte, was ist das denn für schöner? Krass, wir haben die gleiche Frisur. Na? Apropos, ich habe jetzt einen Friseurtermin. Ciao! So, ich komme jetzt vom Friseur. Haare wieder fresh. Mensch, die meinte gerade zu mir, ich würde aussehen wie ein Macho Man. Also, es war eine etwas ältere Dame, die mir die Haare geschnitten hat. Und sie meinte, ich würde jetzt aussehen wie ein Macho Man. With tons of responsibility. Ja. Der Macho Man geht jetzt auf jeden Fall erstmal zum Schrank. Und das ist jetzt ein Spielzeug. Ja. threw ich hinein. Der Macho Man. Du bist gut. Du bist gut. Du bist gut. Wie bitte wir es。 Ich cribiße mal. Die sind aus wie so eine Welsung. So, wir haben hier einen neuen Gast. Da müsst ihr mir mal helfen. Sieht irgendwie ein bisschen aus wie so ein Landgustel. Sieht aus wie so eine schwimmende Gottesart. Er sucht Stress ein bisschen, habe ich das Gefühl. Und mit seinen Füßchen, wie schnell. Hier, Flur, kann ich trinken. Water, glass water.